Ich wollte gerade sagen, wir haben ja kein Inventory-Tweaks. Ich wünsche dir nichts nach. Ich muss ja alles wieder aus dem Inventar rausholen. Das haben wir schon mal. Was ist jetzt los? Wir sind hier gerade. Das war eine Druckplatte. Irgendwas schwirrt bei dir im Kopf rum, ne? Ach, wie könnte man denn... Ist das auch diese halben? Drei und in einer Reihe. Ja, genau, das war das. Ich wollte gerade sagen, das passt hier gerade nicht. Ich habe viel zu lange Pause gemacht. Nö. Weg. Das ist einfach zu wenig Minecraft gespielt. Oh, ja, irgendwas wird das schon sein. Zack, zack. Nein, nicht so. Zack, zack. So. Doch. Das klappt, ah, nicht. Glaub ich da vorne dran? Ja. Steine habe ich noch genug. Zwei, zwei, drei, vier. Wenn wir mal, wenn das reicht. Was ich hier so mache. Bum, bum. Nein. Nein. Back. Äh. Äh. Mh, mh. Mal schauen, ob es klappt oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht so sagen. Bum, bum, bum. Aber, Bruder, nein, dunkel in der Bude. Aber, nein. 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 Heute nicht. Heute nicht, lieber Björn. Heute nicht. So, die Mine gibt es auch nicht mehr. Fällt weg. Äh. Ich kriege gerade die Krisee. Das darf doch wohl nicht falsch sein. Hehehe. Gefällt mir schon. Bau, bau, platz, ein, tiefer. Oh, geht das wieder? Hehehe. Zock, 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 jo. Was, zocks? Gibt es nicht. Doch, zocks.de gibt. Ausverkauft. Echt? Weiß ich nicht. Wo mache ich das eigentlich jetzt von unten? Könnt ihr das doch jetzt rein? Wollt ich auch von oben machen. So. Holz. Da ist noch Holz drin. Ja, da. Ver-ver-ver-verbaut sich doch. Relativ. Liedbar. Ver-ver-verbaut sich doch. Nehmen wir euch da noch Spinner. Hu! Das wird, man ver-beaut sich weniger. Leicht wieder verbaut. Klar. Da ist die Spinner. hallo ich denke mal der einfall ist doch viel angenehmer oder meinst du denn inwiefern die decke oder wo was die etage mit dem boden gemacht jetzt hier schauen wir es mal an montag oder ja doch hast du zumindest mal ein bisschen abwechslung doch doch das ist so schön wie fehlt eine tür unten weil ich weiß auch nicht habe ich da die tür rein mache oder eine glasfront was in der richtung machen wir schauen fehlt eine tür wollte ich nur sagen ach so da fehlt eine tür da fehlt eine tür und doch kommt noch wenn ich dass du die tür vergessen naja das war peinlich ne mal so es ist halt soweit das geht nicht repeat da jetzt hatte ich doch irgendwo ein bräuchte eine einfache oder bei euch drei ich brauche drei davon dass sie noch welche davon ab oder in irgendeiner kiste schlummern hier nicht dann da nicht da auch nicht auch nicht da nicht misst sie muss in die hölle in die hölle das sind ich mich recht dafür wenn uns Plums Klumos wenn ich nicht ab die er nennt sich auch feide ab banane apfel banane dann auch als markt das mich aus wenn man die knappe mit hier danke auto und harry wo was hab ich denn nicht irgendwie im fernsehen gekommen hab ich da nicht irgendwas geliehen you toto und harry irgendwo auf wo war das äh la oder so keine ahnung ich weiß es nicht mehr irgendwo in amerika als amerikanische polizisten irgendwie unterwegs keine ahnung irgendwo auf kabel 1 oder wo hab ich das gesehen ich mach schon werbung hier vor allem unglaublich du bist einer das heißt ja was noch werbung für andere schämen dich was weiß vielleicht machen sie von uns ja auch bei japan werbung nein das trifft sich doch super hier das ist super das freut mich weiter ist nicht sieht ja schon wieder ein paar gemacht hier vorne in der grümpelkiste warum willst du eine schere haben ja ich kann dir meine geben zuerst mal in die grümpelkiste alles rein hier vorne bei mir auch kein eiskreuz und pferd ist auch gerade ein bisschen egal ob das durcheinander ist oder nicht ich hab das machen wir später mit dem keller einfach noch ein da ihre doppel creeper so herr küfer wollen sie jetzt auch noch hin dankeschön dass sie gestorben sind das ist ja wohl nicht wahr was das ist bitte wir doch müssen jetzt monsterig darf ich nackig hast du die wolle denn auch ausgenommen da wo du die schere rausgenommen hast ja klar ist das schon mal gut die wolle da habe ich glaube ich noch drin gelassen aber die hole ich mir gleich klick 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 du hast auf jeder seite nur eine tür reingemacht das ist doof nee das geht eigentlich angehauchter bogen jetzt machen wir das hier noch zu wo ich diesen einmal einmal diesen einmal einmal oh schade hat gleich pling gemacht hätte mein kreuz kling 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 so nehmen wir den zweiten einmal mit bin zu faul bling 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 fauler mensch kriege ich hier werbung eingeplant jetzt mache ich sogar schon werbung für server for you das glaube ich auch nicht was wo ja kommt ein pop-up fenster mitten im display was ist das denn ne wenn du nicht drauf klickst dann nimmt das auch nicht auf warum hast du die wolle hier gelassen nein nein ich habe nur die weiße wolle mitgenommen ja und die andere wolle die graue wolle wie lag hier noch nehme ich nachher mit achso schon aufgesammelt ok so Käse Käse ich mag Käse ja hier Käse Käse ja 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 naja nochmal gucken wo wir hier noch Sand haben so kriegen wir das denn hier richtig hin so kriegen wir das denn hier richtig hin ja ich habe die solche hier warum hast du in einer kommt direkt der nächste zombie zombie mhm ist aber normal zombie wird man halt dass wir hier fenster rein kriegen weiter brennen er kann überlegen ob ich das so mache aber ich mache da eine doppeltüre ich glaube ich mache da doch lieber eine doppeltüre ist besser hätte mir so nämlich nicht ah da liegt es abgeschmissen ist ja auch nicht immer so ist ja auch nicht immer so ist ja auch nicht immer so das klappt hier alles plau 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 ich sehe dich da oben ich auch so das da rein das da rein das da rein das da rein was machst du da oben an der Kiste bei der ja voller rosen kaufen voller rosen kaufen nie pfeffer nein ich habe keine spitzhacke mehr das ist gar nicht lustig jetzt muss ich ernsthaft mit in der hand die steine abbauen hammerhart hammerhart oh come on Vielen Dank.